Die Willi Schwidde Baugeschäft GmbH und Co. KG. Wir stehen für hochwertige und individuelle Rohbauleistungen aus einer Hand im gesamten Raum Ostwestfalen. Egal ob Erweiterung und Renovierung Ihres Firmengebäudes, Ihr neues Traumhaus oder Umbau und Sanierung eines öffentlichen Gebäudes, gemeinsam finden wir immer eine Lösung für Ihre Wünsche. Mit unserem Team aus Bauingenieur, Maurer und Betonbaumeister, hochqualifizierten Baufacharbeitern und Auszubildenden sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für jede Art von Bauleistungen. Die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter bildet das Fundament für die Verwendung zukunftsweisender Verarbeitungsverfahren und Baumaterialien. Für die Durchführung sämtlicher Arbeiten steht uns ein moderner, firmeneigener Maschinenpark zur Verfügung. Mit unserem Know-how sowie unserer Flexibilität, Zuverlässigkeit und langjährigen Erfahrungen können Sie bauen. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Leistungsfähigkeit und vereinbaren Sie einen Termin zur individuellen und fachkundigen Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020